Katastrophe im Anmarsch. Willst du wissen, wovor du dich im Sommer in Acht nehmen musst? Wir haben zumindest für drei Sternzeichen heute die Antwort parat. So wie es aussieht, müssen sie sich nämlich warm anziehen und die Temperaturen sind nicht schuld daran. Wenn wir den Sternen glauben dürfen, ereignen sich im Leben von drei Tierkreiszeichen demnächst hässliche und unvorhersehbare Dinge, die sie ungeachtet der Jahreszeit ganz schön ins Schwitzen bringen können. Wer gut aufpassen muss, dass sein Leben demnächst keinen unschönen Abwärtstrend nimmt, das verraten wir dir in unserem heutigen Podcast. Wenn du noch nicht Teil unserer großartigen Gemeinschaft bist, dann laden wir dich jetzt ein, unseren Kanal zu abonnieren, um zukünftig keine spannenden Beiträge mehr zu verpassen. Nr. 1 Löwe Vernachlässige die Liebe lieber nicht zu sehr Im Glanz der strahlenden Sommersonne kombiniert mit jenem seines funkelnden Egos kann der Löwe schon mal den Faden verlieren. Konkret wittern die Sterne bei ihm Unheil an der Liebesfront und dieses sollten die Löwen tunlichst zu vermeiden suchen. Üblicherweise weiß der Löwe, was er an den Seinen hat. Er beschützt seinen Rudel mit Leib und Leben. Und hat sich jemand als nicht vertrauenswürdig erwiesen, kann das Löwenherz kalt und unerbittlich sein. Doch manchmal lässt sich dieses Sternzeichen auch verführen. Der Löwe wird nämlich in den nächsten Wochen ein unwiderstehliches berufliches Angebot erhalten, das ihn alles um sich herum vergessen lässt. Er wittert das große Geld, bahnbrechende Erfolgserlebnisse und natürlich Applaus. Und speziell dieser Aussicht auf Lob und Anerkennung kann sich der stolze Löwe nicht entziehen. Er wird alles daran setzen, um diesen Beutezug in einen triumphalen Heimsieg zu verwandeln. Auf der Strecke jedoch bleibt dabei sein Liebesleben. Und diesmal kann er sich nicht mit holden Versprechungen oder teuren Geschenken freikaufen. Die treue Seelan seiner Seite hat eventuell schon zu oft zurückstecken müssen, wenn der Löwe seine Business-Alleingänge geprobt oder sich anderweitig in ein vielversprechendes Projekt verrannt hat. Sommerzeit ist üblicherweise auf Familienzeit. Wer hier keine Rücksicht auf seine Liebsten nimmt, steuert ganz klar einem veritablen Dilemma entgegen, das ihn Kopf und Kragen und die Liebe seines Lebens kosten könnte. Nummer 2 Jungfrau Falsche Anschuldigungen bringen dich in Teufelsküche Die lieben Jungfrauen neigen manchmal zu Schnellschüssen, die sie postwendend bereuen müssen. Sie urteilen oft hart über ihre Mitmenschen und fair geht es dabei nicht immer zu. Dabei meinen es die Jungfrauen nicht immer böse, auch wenn sie der Schadenfreude durchaus etwas abgewinnen können. Ihr Problem ist zu denken, dass alle Menschen auf demselben astronomisch hohen Niveau operieren wie sie selbst. Kein Irrtum könnte größer sein. Daher ist der Jungfrau schnell jemand zu faul, zu nachlässig, zu unmotiviert und so weiter. Doch Vorsicht, liebe Jungfrauen! Demnächst könnt euch eines eurer beliebten Vorurteile wie ein Bumerang auf den Kopf fallen. Nicht alle Menschen tolerieren üble Nachrede und zeigen sich großzügig, wenn sie zu Unrecht beschuldigt werden. Am besten hütet ihr in den nächsten Tagen und Wochen eure Zunge. So mancher vermeintliche Freund könnte euch in den Rücken fallen und schamlos alles weitererzählen, was ihr ihm unter dem Siegel der Verschwiegenheit anvertraut habt. Die Rechnung landet dann postwendend bei euch. Es ist häufig so, dass wir von einer bestimmten Situation nur einen winzig kleinen Ausschnitt zu sehen bekommen. Oder von einer Geschichte nur eine Seite hören. Hier vorschnell Partei zu ergreifen oder sich ungefragt zum Richter aufzuspielen, bringt niemandem einen Vorteil. Die Jungfrau könnte sich mit dieser unbedachten Dummheit ihren ganzen schönen Sommer verderben. Und das ist bestimmt nicht in ihrem Sinn. Ein ganz anderes Fettnäpfchen lauert demnächst auf die Wagen. Und auch dieses könnte langfristige, schwerwiegende Folgen für sie haben. Die Wage liebt die Menschen und das gute Leben. Am allermeisten jedoch liebt sie Harmonie und ein konfliktfreies Miteinander. Deshalb neigt sie gelegentlich dazu, sich alles aufzuheißen, was man ihr aufbürden will. Das Nein-Sagen beherrschen Waage-Geborene nur in absoluten Ausnahmefällen. Und ein solcher steht unmittelbar bevor. Die Wagen zählen in diesem Sommer nämlich zu den Glückskindern. Ihnen wird demnächst eine großartige Chance angeboten, und diese abzulehnen wäre der größte Fehler ihres Lebens. Doch die Waage steckt in einer Zwickmühle fest. Ergreift sie die günstige Gelegenheit, muss sie Prioritäten setzen. Konkret bedeutet dies, dass sie Nein zu jemandem sagen muss, damit sie Ja zu sich und ihrem Vorwärtskommen sagen kann. Das Ausmaß dieses moralischen Dilemmas verstehen vermutlich nur Waage-Menschen. Es wird für sie in einen regelrechten inneren Kampf ausarten, hier die richtige Entscheidung zu treffen. Die Waage glaubt nämlich obendrein sehr an die Macht des Karmas. Ursachen und Wirkungen gehen in ihrem Weltbild Hand in Hand. Und wer weiß, vielleicht fügt sie sich ja mehr Schaden als Nutzen zu, indem sie einmal eher an sich als an andere denkt. Diese Gedanken muss die Waage sorgfältig abwägen. Keinesfalls will sie egoistisch und selbstsüchtig erscheinen. Doch wer seine Träume verwirklichen möchte, muss manchmal bedauerlicherweise die Illusionen anderer zerstören. Unser heutiges Fazit. Erstens kommt es zweitens anders, als man drittens denkt. Sei gewappnet für einen Sommer der Überraschungen. Die warme Jahreszeit hält uns gerne in Atem. Und das nicht nur mit Wetterkapriolen und heißen Flirts unter strahlend blauem Himmel. Die Sternzeichen Löwe, Waage und Jungfrau trifft es demnächst möglicherweise besonders hart. Sie müssen kluge Entscheidungen treffen. Tun sie das nicht, steuern sie auf den größten Fehler ihres Lebens zu. Die Löwen müssen Herz vor Verstand rein. Die Jungfrauen sollten mit vorschnellen Urteilen lieber vorsichtig sein. Und die herzensgute Waage würde es glatt zulassen, dass sie ihre Hilfsbereitschaft um eine große Chance bringt, die so schnell nicht wiederkommt. Eine Prise Vorsicht schadet aber auch allen übrigen Sternzeichen nicht. Leichtsinn und Risikobereitschaft sind zwar trügerische Spießgesellen, die mit der Euphorie der wärmeren Tage einhergehen. Egal ob beim Sport, im Urlaub oder in einem fernen Land, es zahlt sich immer aus, die Konsequenzen seiner Entscheidungen gut abzuwägen. Es wäre doch schade, wenn die grandiose Jahreszeit, die uns unmittelbar bevorsteht, rückblickend unseren schlimmsten Albtraum repräsentieren würde. Sei dankbar, wenn Du die Zeichen rechtzeitig erkennen kannst. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald!